Das brillante Konzept war, wir spielen 15 plus 10 Partien. Als Speedrunner, das ist nicht wirklich als Speedrun gedacht, hier auf Chess kommen. Ich habe mit 15 mal angefangen und einfach solide Eröffnungen gespielt und meine Gedanken dabei erklärt. Also im Prinzip ähnlich wie das Match gegen Eddie, nur mit weniger Beleidigung. Und dass die Gegner noch schneller besser werden. Also erklärbeer Speedrun auf Chess.com Teil Nummer 3. Die ersten beiden Teile sind auf YouTube mit Clickbait Thumbnail, wo ich ein Bärenkostüm trage. Es tut mir leid, ich besitze kein Bärenkostüm. Und wir machen weiter mit Teil 3. Meine Zahl sollte schon ziemlich weit gestiegen sein durch die ersten beiden. Das heißt, ich glaube, heute kriegen wir ernsthafte Gegner. Ich bleibe bei dem Konzept. Wir spielen normale Eröffnungen mit weiß D4, mit schwarz auf E4, E5, auf D4, D5 und versuchen zu erklären, was ich da tue. Also einfach Solid Chess Fundamentals. Mal gucken, wie weit es uns trägt. Das muss ich tun. New Game, 1510, Play, Let's Go. Ich brauche so ein Kostüm als Oberlecht. Nein, ich glaube, es geht so. Hier, Bonzilla will nicht gegen uns spielen. Absoluter Skandal. Na gut. Und dann suchen wir weiter. Wir haben jetzt Bestiol 1731. Ich habe 2041. Spielt Bauer nach E4. Wie gesagt, das hier ist mein anonymer Chesscom. Speedrun Account. Das Gute ist, das sollte ich mit diesem Speedrun Account noch underrated sein und Punkte gewinnen, kriegen die Gegner die zurück. Was mir nicht so gut gefällt für dieses Format today ist, dass die Zahl zu schnell steigt, sodass wir nicht so viel Zahl auf den einzelnen Levels verbringen können und vielleicht da über Unterschiede reden. Aber irgendwas ist immer. Wir spielen gegen Bestiol. Bonner E4, Bonner E5, Spreiner F3. Wir kennen es schon. Wir machen. Wie üblich. No Nonsense. Spreiner C6. Entwickeln unseren Springer. Läufen nach C4. Jetzt hat Schwarz zwei prinzipielle Möglichkeiten. Die eine ist den Springer rauszubringen. Die andere ist den Läufer rauszubringen. Es streiten sich die Gelehrten, was einfacher zu spielen ist, was Priorität haben sollte. Beide Systeme gehen häufig ineinander über. Ich habe meine Meinung geändert. Im Laufe der Jahre bin ich zum Schluss gekommen, dass eher Springer nach F6 ein bisschen leichter zu spielen ist. Wenn man Läufer nach C5 spielt, gibt es ein paar Systeme. Wobei es Bonner C3 und Bonner D4 sofort spielt. Und nach Springer nach F6 gibt es zwar auch Systeme, die man kennen muss, mit Springer nach G5 zum Beispiel. Aber die scheinen mir Stand heute weniger nervig zu sein, als die Nebenwahrheit nach Läufer C5. Aber beide Züge sind vollkommen okay. Man muss sich nur als fortgeschrittener Spieler darüber Gedanken machen, was man erlauben will, was man verändern möchte. In der Praxis führt häufig beides zur selben Stellung. Wenn Weiß Bonner D3 spielt, wird sie den Läufer raus. Aber Bestiol geht hier direkt in den Infight. Spielsprecher nach G5, attackiert unseren Bonner auf F7. Ein sehr aggressiver Zug, aber auch für Weiß relativ riskant. Denn der Springer zieht zum zweiten Mal, begibt sich hier in freier Wildbahn. Gleich in den Vorwärtsgang und Schwarz kann in der Mitte kontern. Ist eine sehr komplizierte Variante nach Bauer nach D5. Ist nicht leicht, das mit allgemeinen Prinzipien zu erklären. Grundsätzlich Bauer nach D5 ist logisch. Der Springer und der Läufer griffen diesen Punkt an. Es ist schwer, ihn sonst zu verteidigen. Aber nach E-Schlicht D5, die nächsten Züge, sind tatsächlich eine Geschichte, die man besser weiß, weil das hier relativ undurchsichtig ist. Das gefällt dem Weißspiel, glaube ich, auch an Sprecher nach G5. Das relativ viel Druck macht. Und wenn man damit mit Schwarz nicht einverstanden ist, dann kann man den Zugläufer nach C5 spielen. Der hat Sprecher nach G5 vermeidet, aber ein paar andere Geschichten erlaubt. Also, wie man es macht, macht man es falsch. Für den Erklärbärmodus nicht ideal, dass wir jetzt gleich so eine scharfe Stellung haben. Aber was soll ich machen? Was man jetzt dieser Stellung wissen muss, ist, dass Springer schlägt D5, der naheliegende Zug, nicht gut ist. Darauf hofft Weiß. Dann kann Weiß entweder Springer schlägt F7 spielen. Was gemein ist, König schlägt F7 und Dame F3 Schach. Der König musste sich dann hier in die Wildnis begeben. Und Weiß steht besser, das sind komplizierte Varianten. Aber dann Springer schlägt D5, statt Springer schlägt F7. Geht auch Bauer nach D4 und Weiß hat einfach Vorteil. Also, der beste Zug hier ist, Springer nach A5. Gegen alle Regeln. Springer an den Rand, Bauer weniger. Aber nutzt halt aus, dass auch Weiß Zeit verloren hat. Es gibt Alternativen, Bauer nach B5 oder Springer an D4. Aber Springer nach A5 ist Best-By-Test. Greift den Läufer hier an. Der Läufer gibt Schach. Das ist der beste Zug. Wenn der Bauer nach D3 spielt, dann verliert Weiß relativ viel Zeit, die man nutzen kann, die Figur wegzuscheuchen. Nach Läufer nach B5 Schach haben wir wieder zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Aber auch hier hat die Praxis und die Engines gezeigt, dass der beste Zugbau nach C6 ist. Was weitere Zugeständnisse sind. Schwarz erlaubt, dem Weißen hier zu schlagen und damit die schwarze Bauernstruktur kaputt zu machen. Aber was wichtig ist, hier schnell Zeit zu gewinnen. Die Alternative ist Läufer nach D7. Dann spielt Weiß Dame nach E2 und steht ein bisschen besser. Deshalb wir spielen die harte Variante. Aber wie gesagt, es ist sehr konkretes Zeug hier. Bauern nach C6. Er schlägt und der Bauer schlägt zurück. Jetzt hat Weiß drei prinzipielle Möglichkeiten. Läufer nach D3, Dame nach F3 oder Läufer nach E2. Und er wählt den Zug. Dame nach F3. Wonach Schwarz wiederum diverse Optionen hat. Aber ich spiele die Variante, die ich in meinem Kurs empfohlen habe, die das Geschehen noch undurchsichtiger macht. Schwarz hat hier viele Möglichkeiten. Er kann hier schlagen den Läufer. Das macht das Ganze sehr, sehr scharf. Dann Dame schlägt A8, Dame nach C7 mit Chaos. Er kann sich einfach entwickeln. Also ein Zug wie Läufer nach E7 spielen und sagen, okay, wenn du hier schlägst, schlägt zurück. Dame schlägt Läufer nach D7. Zwei Bauern weniger, aber sehr freies Spiel. Oder er kann den Zug spielen, den ich spielen werde. Bauern nach H6 mit einer sehr konkreten taktischen Idee. Schwer zu erklären. Also wenn ihr hier Computer befragt, werden die sagen, der beste Zug ist C-B5. Gefolgt von dem Zug, den ich spiele, den ich auch spiele, weil er halt relativ tricky und überraschend ist. Auf jeden Fall häufig überraschend kommt für den Gegner. Bau nach H6. Aber er spricht auch nichts gegen C-B5, wenn man sich hier mit dem Herr beschäftigen will. Weiß kann jetzt nicht hier schlagen. Nach Läufer schlägt C6, Springer schlägt C6, Dame schlägt C6, Schachkimmelläufer nach D7. Das verteidigt den Turm und am Ende wäre immer noch der Springer angegriffen. Das heißt, der einzig gute Zug hier ist Springer nach E4, was wahrscheinlich auch finden wird. Und danach wird es sehr, sehr kompliziert. Also Bau nach H6. Das ist ein Zug, den ich spiele. Weil ich es weiß, objektiv, wie gesagt, C-B5, vielleicht der beste Zug. Bestiol überlegt, aber er hat nicht wirklich Optionen, den Springer an den Rand zu stellen. Wäre ziemlich fürchterlich. Und käme Bau nach E4, würde die Figur gewinnen. Hier zu schlagen, funktioniert auch nicht. Also Sprenner E4 ist tatsächlich der einzig gute Zug. Und ich denke, zu dem Schluss wird er auch kommen, auch wenn es ein bisschen dauert vielleicht. Dann, wenn hier geschlagen wird, kann er hier schlagen und sich mit dem Turm hier in der Ecke bedienen. Göttinger Export, vielen Dank für den Prime-Sub. Sprenner E4 gespielt. Und jetzt kommt meine Idee. Logisch erklärt. Schwer logisch, Strecke. Der Klärwerk stottert ein bisschen. Aber C schlägt B5, Opfermaterial. Und hier ist ein Kampf zwischen Entwicklung und Material. Sprenner schlägt F6. Das ist die weiße Idee. G schlägt F6 und die Dame wird hier reinschlagen. Aber Schwarz hat auch seine Möglichkeiten in dieser Steuerung. Die Dame steht hinten drin und er hat diese Figuren aber noch nicht entwickelt. Deshalb jetzt der Zug Dame nach D7 plant, den Springer hinzustellen und die Dame einzusperren. Und das ist eine Drohung, der weiß Rechnung tragen sollte. Das tut er mit Dame nach F3, denn sonst würde ich die Dame hier einsperren in der Ecke mit. Sprenner ist C6 und darauf sollte sich Bestiol nicht einlassen. Er spielt jetzt mit Dame nach F3 und ich habe ja Material investiert. Ich habe den Turm verloren gegen nur einen Läufer. Ich habe auch noch einen Bauern weniger. Also muss ich hier auf dem Gaspedal bleiben mit Läufer nach B7. Die Dame attackieren. Keine Zeit, diesen Bauern zu verteidigen. Manchmal geht es einfach darum, die Figuren so schnell wie möglich zu mobilisieren. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das hier ist einer dieser Fälle, aber es ist eine sehr, sehr spezifische Variante. Jaina, vielen Dank für die Glückwünsche. Gerade gelandet, wo? Pinkpanzer, kenne ich aus meinem Kurs. Ja, ja, es war keine so bekannte Variante. Aber tatsächlich aus meinem Kurs die Variante, über die ich vielleicht am meisten Feedback gesehen habe, dass damit Gegner überrascht wurden, weil dieser Bauern nach H6 halt ein seltener Zug ist, den ich empfohlen habe in meinem Chessiwil-Kurs. Darum steht F6. Er bedient sich weiter und ich aktiviere weiter die Figuren. Also es ist ein Kampf hier des Geistes gegen die Masse. Ich lasse ihn einmal in den Bauch schlagen, aber versuche dann mit meinen aktivierten Figuren ihn möglichst zu beschäftigen. Und mal schauen, was Bestiol macht. Er war nicht gezwungen hier zu schlagen, die Dame hätte auch ausweichen können. Dame E2, auch eine interessante Variante. Er schlägt weiter. Alles, was sich bewegt, Dame schlägt E5, ist Schach. Also muss ich reagieren, meine Läufer rausbringen. Aber irgendwann wird die Stunde kommen, in der ich hoffentlich ein bisschen Gegenspiel kriege. entfernt, indem ich hier schlage, indem ich meinen eigenen Springer Richtung Mitte losschicken kann. Wir schauen, was passiert. Objektiv, und so ist es leider häufig mit langen Theorie-Varianten, ist hier die beste Möglichkeit für Weiß, Dame B8-Schach zu spielen. Der Läufer will dazwischenziehen, das wird so. Und wieder zurück, Dame E5-Schach. Und objektiv hat Schwarz dann nichts besser, als Läufer in der E7 zu spielen. Mit Zugwiederholung. In der Praxis geschieht das meist nicht, weil Weiß denkt, dass er auf Gewinn steht, dass er hier schon viel weggenommen hat. Und Bau nach D3 ist der Zug, den sie meistens spielen. Aber Bau nach D3 ist ziemlich riskant. Und ich werde versuchen, den Beweis anzutreten. Ich glaube, die beste Weiß-Chance hier ist diese Dame nach B8-Schach. Bau nach D3, jetzt könnte ich den Bauern schlagen. Aber noch besser ist es, trotz allen investierten Materials, unseren Springer zurück ins Geschehen zu bringen. Mit Springer nach C6. Also es ist keine Variante, die sich besonders gut eignet für allgemeine Erklärungen. Wir opfern wahnsinnig viel Material. Im Moment kamen Qualität und D3-Bauern weniger oder so. Und versuchen dann, wegen der unentwickelten Weiß-Entstellung, den Weißen mit unseren aktiven Figuren zu überrennen. Das ist der grobe Plan. Springer nach C6. Sprenger am Rand, hat seine Schuldigkeit getan. Greift die Dame an, verhindert da einen B8-Schach. Wer sich den nächsten Bauern schnappt hier, dann springt der Sprenger in die Mitte. Ohne Furcht vor weiteren Vereinfachungen. Wo ich haufenweise Material weniger habe, ist die Weiße Störung dann ziemlich schwer zusammenzuhalten, weil die Figuren so passiv sind. Hoffe ich jedenfalls. Bist ja all überlegt. Hier, die Lage ist tatsächlich schon schwer für Weiß. Ist verwehrend. Ich weiß, wo wir so viel investiert haben. Manchmal ist Schach ein konkretes Spiel. War nicht unbedingt die Idee. Aber gerade mit Schwarz, wenn man irgendwie den Ausgleich kämpft, muss man sich manchmal auf scharfe Sachen einlassen. Und solange die Züge irgendwie logisch sind, und das sind sie alle halbwegs in dieser Variante, hoffe ich, dass sie da davon nicht zu sehr abgeschreckt werden. Dame B5 war der beste Zug. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. So langsam wäre ich aus dem Buch. Ich glaube, Dame schlägt B5. Springer nach D4 ist der Plan. Und Schwarz sollte gut stehen. Er schlägt. Jetzt können wir kurz überlegen. Springer nach D4. Greift die Dame an. Er muss tauschen. Dame schlägt D7. Kühlschlägt D7. Ich habe haufenweise Kram weniger, aber ich drohe Spinger schlägt C2 und auch laufe schlägt G2. Und was kann Weiß dann tun? Also versuchen wir im Kopf. Spreng ich an. Dame schlägt. König schlägt. Bauer ist angegriffen. Einzig guter Zug, den ich sehen kann, ist König nach D2. Dann müssen wir herausfinden, was ich tun kann. Läufe schlägt G2. Turm nach D1. Wie geht das aus? Nicht sicher. Nicht sicher. Läufe G5 Schach dann. Kürich C3. Spreng ich 2 Schach. Und wir schnappen uns den. Sali bei mir, Chad. Spreng nach D4. Dame schlägt. König schlägt. König nach D2, dachte ich. Läufer schlägt. Turm ist angegriffen, wenn er hierhin geht oder hierhin. Aber die Sprengergabel. Also geht er hierhin. Dann dachte ich, Läufe hier Schach. Der König sich dann rauswagt. Gleich mit dem Sprenger hier in Schach. Wollen wir noch ein paar mehr Pfeile? Ich glaube, das ist alles klar, oder? So, los geht's. Spreng nach D4. Dame ist angegriffen. Dem Damentausch sollte er nicht ausweichen. Tut er auch nicht. Dame schlägt. König schlägt. Und jetzt sind wir langsam dran hier mit dem Konter. Wir haben lange genug all unsere Bauern gespuckt. Jetzt drohen wir so und so. Wir haben zwar alles weniger, aber die Figuren sind sehr, sehr aktiv. Wie ist die Bilanz? Plus 6. Das klingt ja schon viel. Muss ich durch. Ist keine Quatschvariante. Das funktioniert hier tatsächlich. Okay, nach D2 gespielt. Das, was ich eben überlegt hatte. Nochmal durchrechnen. Läufer schlägt G2. Greift den Turm an. Dann sagt Turm D1 aus wie der beste Zug für mich. Turm G1 oder Turm E1 greift in Gabeln. Turm D1. Was hatte ich gesagt? Läufer G5. Macht das Sinn? Ich glaube Spur. Läufer schlägt G2. Turm E1 nochmal kurz überlegen. Spreng F3 Schach zum Beispiel. Ich muss nicht Sprenger F3 Schach spielen. Ich könnte auch Läufer G5. Aber sagen wir Sprenger F3. König E2. Sprenger schlägt E1. König schlägt E1. Wie geht das so aus? Da habe ich immer noch Zeug weniger. Aber bin sehr aktiv. Das sollte auch gut sein für Schwarz. Dann vielleicht einfach Läufer weg. Irgendwohin. Turm rein. Das sieht also okay aus. Alternative wäre sofort das Schach zu geben. Die auch nicht schlecht ist. Aber nach König C3 habe ich das Gefühl, dass ich da ein bisschen was liegen lasse. Ich bin nicht sicher. Das sieht auch gut aus. Läufer G5 Schach. König C3 Springer E2 Schach. Aber es ist besser. Aber mein Bauchgefühl sei Läufer schlägt G2. Läufer G5 Schach. Da vielleicht F4 Läufer schlägt. König D1 oder so. Fühlt sich nicht richtig an. Turm G1. Bisschen schnell gespielt. Das übersieht die Gabel. Danach stehe ich auf Gewinn. Also ja, dass sie ein bisschen Zeit lassen sollen und Turm D einspielen. Aber die weiße Stellung ist tatsächlich überraschenderweise schwer. Jetzt kommt halt die gemeine Springer Gabel. Schwarz gewinnen. Turm schlägt G2 KMZ. Vielleicht auch gut, aber ich will ja auf dem Gaspedal bleiben, bevor irgendwelche Figuren rauskommen. Weiß kann ja beliebig viel Material zurückgeben, um sich zu entwickeln. Mag sein, dass Turm schlägt G2 auch funktioniert. Können wir gleich gucken. Aber ich glaube, Laufstich G2, so wie ich gerechnet hatte. Sah schon ganz okay aus. Und da geht Turm G1 zum Fehler. Aber Turm D1 Läufer G5 Schach. Wie gesagt, hatte ich auch eine Ahnung, dass alles funktioniert für mich. Das ist eine überraschende Variante, weil Schwarzjahr gar nicht wie viel Zeug opfert. Qualität und drei, vier Bauern und dann die Damen tauscht, aber alles funktioniert. Manchmal ist es schon so, aber man kann es, glaube ich, hoffentlich wenigstens damit begründen. Das Schwarzjahr die ganze Zeit entwicklungszüge gemacht. Weiß die ganze Zeit. Mit der Dame übers Brett jagt. Was natürlich gefährlich ist. So, jetzt nehmen wir uns den Turm. Dann haben wir auch materialmäßig keine Probleme mehr. Und dadurch, dass die Figuren immer noch nicht entwickelt sind, sollte ich hier noch weitere Beute machen können. Mal kurz überlegen, wie ich das am brutalsten mache. Aber das sieht hier schon sehr gewinnträchtig aus. Vielleicht könnte er das Schach geben. König D2 gewinnt Läufer G5 Schach den Läufer. Also muss er König E1 spielen. Dann zum Beispiel Springer E2. Hier mit dem Turm reinzugehen. König dann direkt Läufer schlicht H6. Also Schach, König E1. Springer irgendwo hin. Sagen wir hier hin. Schlicht H6. Und dann sehe ich noch keinen Mutt. Sollte da sein. Aber vielleicht brauche ich auch keinen Mutt, weil die Figuren hier hinten auch weiter hinten drin stehen würden. Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwas einfacheres übersehe. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich so gewinne. Und gewinnen reicht ja. Okay, ich muss hier hin. Na, hierhin geht. Kommt so. Und dann. Überlegen wir uns. Das beste Finish. König E1 gespielt. Jetzt Läufer H5 ist auch gut, um Springer F3 zu drohen. Das ist zu langsam. Springer D2. D2 Springer E2. Sieht auch belockend aus. Vielleicht ist das noch besser. Ist der Springer noch aktiver. Und er kann, glaube ich, eh nicht stoppen. Dass mein Turm ins weiße Lager kommt. Aber ich bin nicht sicher. Springer E2 oder Springer H3. Sahen auch sehr, sehr gut aus. Aber diese Steuerung, auch wenn Materialverhältnis auf dem Papier noch ausgelegt ist, sollte hoffnungslos sein für weiß, weil seine Figuren halt nicht spielen und meine Initiative noch nicht vorbei ist. Na D2, er versucht, die Schacht zu parieren. Das ist lobenswert. Aber Springer versperrt auch dem Läufer den Weg. Ich dachte, ich kann es vielleicht so weiter nerven. Oder? Habe ich mir das nicht gut überlegt. Habe ich es mir auch nicht gut überlegt. Gleiches frei auf 3, doch Stacker. Schlägt. Läufer schlägt. Dann kann ich D2. Dann Turm nach G1. Habe ich E3. Ich daddel ein bisschen rum gerade. Läufer irgendwo hin. E3. 6. Ja. Gut genug. Eigentlich ist gut genug, ist keine gute Einstellung. Eine solche Stellung soll man versuchen gleich. Gleich zu killen. Ich weiß nicht, ob ich das hier... Sehr effizient gemacht. Lockshare 6 müssen schnell. Ich habe noch was bei gedacht. Hier dein Turm. Bestiol, das. Schenkt die Partie gleich her. Danke für die Partie, Bestiol. Wir gucken noch mal kurz rein. Wo muss ich hin? Hier analysis wahrscheinlich, ne? So, bei einer E4, bei einer E5. Also es war... Gut, ich habe ja alles versucht schon zu erklären beim Spielen. Es war halt eine lange Theorie-Variante, die in meinem Chessable-Kurs ist. Das heißt, ich sehe auch relativ gut noch vor Augen. Also vor dem geistigen Auge. Daman F3 ist halt ein sehr riskanter Zug, der gerade auf nicht so hohem Niveau sehr beliebt ist. Sieht auch irgendwie am aktivsten aus. Auf Top-Niveau ist das hier der Hauptzug, Läufer nach D3, den Nakamura unter anderem gerade gegen Caruana gespielt hat. Aber Daman F3, beliebter Zug. Wie gesagt, schwarzer, viele Möglichkeiten. Läufer E7, Turm B8. C schlägt B5 oder in Zucht den E-Spielbau nach H6. Spender E4, C schlägt B. Das ist die Idee. Der Computer wird ein bisschen brauchen hier, bis er das einseht. Also lasst euch nicht von der Engine-Bewertung blenden. Das hier habe ich gecheckt mit besseren Engines. Das heißt, hier läuft, Daman hat D7. Jetzt Daman nach F3 ist auch der beste Zug. Also kommt B. Ich dürfte hier nicht zu sehr vertrauen. Läufer nach B7. Damanschwehe F6. Turm nach G8. Schlägt Läufer E7. So weit, wie gesagt. Alles bekannt. Und der beste Weg hier für Weiß, soweit ich weiß es. Daman B8. Läufer D8. Daman E5. Läufer E7. Daman B8. Versuchen, Remi zu machen. Was aber in der Praxis nie geschieht. Zum einen ist es nicht sehr intuitiv, die Schacht zu geben. Zum anderen denkt Weiß, dass er hier besser steht. Dann hat er ja alles weggenommen. Bau nach D3. Ist was gespielt wird. Jetzt Spreng nach C6. Schenkt einem weiteren Bauern her. Wir haben es ja. Damanschläge B5. Spreng nach D4. Mein Computer ist nicht einverstanden mit meinem Spiel. Gleich habe ich mich falsch erinnert. Sehr, sehr gut. Wirklich. Computer sagt so. Vielleicht war ich nicht. Ich fand so gut. So, so. Computer, bist du dir sicher? Ich diskutiere ungern mit dir. Aber ich glaube nicht, dass Weiß hier besser steht. Ich glaube, meine Engine ist besser. Aber ich gucke lieber nochmal nach. In meinen streng geheimen Files hier. Auf jeden Fall eine lustige Stellung. Schwarz hat eins, zwei, drei Bauern und eine Qualität gegen sieben Bauern. Also haufenweise Zeug weniger. Aber er ist so aktiv, dass die Störungsversion gleich ist. Und ich glaube, die Bewertung hier stimmt nicht, wenn man ihn länger rechnen lässt. Dann wird sich das ändern. Aber der Zucht, der spielt. König nach D2. Läufer schlägt G2. Wie will er sich hier rausreden? Turm E1 sagt er. Ich wollte Sprenger F3 spielen. König D1. Sprenger schlägt. König schlägt. Jetzt bin ich nicht sicher. Wie schwarz spielen sollte. Ich hätte wahrscheinlich Läufer F3 gespielt. Vielleicht ist auch H5 interessant, also hier, um den Bauern zu behalten. Mein Gefühl sagt Läufer nach F3. Schlägt. Also wie gesagt, lasst er nicht zu sehr von den Engine Einschätzungen hier blenden. Ich muss auch nicht recht haben. Aber ich habe diese Variante ganz gut durchgecheckt. Und ich glaube, Kompi braucht hier eine Weile, um zu verstehen, dass die Lage hier gefährlich ist für ihn. Weil halt am Anfang auch erstmal das Material zählt. Gleich hier kommen die Figuren halt nur schwer raus. Aber das wäre auf jeden Fall eine bessere Verteidigung gewesen. Egal, ob es am Ende jetzt 0, 0, 0 ist oder minus irgendwas. So wie es geschah. Turm nach G1 ist die Partie sofort vorbei. Das, was ich gerechnet habe, Turm D1 hätte nicht funktioniert wegen Läufer G5. Genau, das war die Variante. Ich meinte, König C3 und Sprenger E2 Schach. Und ich gewinne hier den Turm. Also wenn ihr Spaß habt an viel zu komplizierten Varianten, könnt ihr diese Stellung noch weiter analysieren. Objektiv nach Dame nach F3. Ist auch C schlicht B5 ein guter Zug. Dann auf Dame schlicht A8. Mehr Möglichkeiten. Da mit C7, da mit D7, Läufer E7. Alle ebenfalls mit Chaos. Schwarz auch gute Chancen hat. Aber ich mochte diese H6 Variante immer. Aus ästhetischen Gründen. Wem das alles zu kompliziert ist. Wie gesagt, mit Schwarz manchmal hat man nur die Wahl zwischen ein paar scharfen Varianten, wenn man die Figur einfach logisch rauszieht. Aber ich habe lange Jahre Läufer C5 gespielt, eben weil ich keine Lust hatte auf diese Sprenger G5-Geschichten. Aber damit erlaubt man dann so C3, D4 schlägt, E5-Geschichten, die auch nicht ganz ohne sind. Und deshalb bin ich einmal gewechselt zu Sprenger F6. Das ist Geschmackssache. Ich hoffe, ich habe euch nicht zuverwehrt damit. Chat hat noch Fragen. Engine sagt ja auch A6 nach Dame B5. Können wir mal gucken. Wie gesagt, ich vertraue der Engine hier nicht so. Aber meinem Gedächtnis soll ich vielleicht auch nicht so vertrauen. Hier erst A6. Wirkt nicht logisch auf mich. Kann man auch länger checken. Und Chat wollte auch Turmschlicht G2 checken. Das sieht falsch aus für meine Begriffe. Aber vielleicht habt ihr auch recht. Turmschlicht G2. Ja, ist auch interessant. Sprach A3. Logisch auch zu den Boren zu decken. Und G6. Es wirkt nicht logisch auf mich. Turmschlicht G2 ist schon sehr logisch. Aber es bleibt spannend. Checkt meinen Kurs für tiefere Analysen als Depth 20. Die Stärkung. Da habe ich mir viel reingezogen. So, spüren wir noch eine. Play. Level up. Bam. Das kann schön ausgeben. Jan kann mehr als 20 Züge rechnen. Nee, aber ich kann mehr als 20 Züge rechnen lassen. Schöne Bilder. Schöne Bilder. Das muss ich tun. Play online. Play. Biddy Joe Bob. Dankeschön. So, nächste Partie in unserem Erklärbär-Slow-Speed-Run. Gegen Kran Eutheker Fabian Kranes Geheim-Account 2073. Schon eine andere Hausnummer. Ich kann nicht mit den Zahlen hier auf Chess kommen. Noch nicht so gut aus. Aber bisher waren die Gegner gegen die Spieler hier um die 2000. Schon sehr, sehr stark. Also hier müssen wir uns konzentrieren. Und wir bleiben bei unserem Konzept. Klassische Eröffnung. Ich bin eher der D4-Typ. Da spielen wir mit weiß D4 und C4. Er spielt auch nach G6. Wir haben schon eine Partie mit Grünfeld. Mal schauen, ob es wieder Grünfeld wird. Oder wird diesmal ein Königsinner kriegen. Wir kriegen Königsinner-Schlaufe nach G7. Auch immer eine beliebte Eröffnung. Wegen der Erfolge der Ex-Weltmeister Fischer und Kaspar Auer. Die sehr viel dazu beigetragen haben. Diesen Aufbau, der auf den ersten Blick nicht sehr aggressiv wirkt, zu popularisieren. Also es ist nicht der Darling der Engines. Aber es ist immer eine Eröffnung, die zu scharfem Spiel führt. Schwarz entwickelt sich erstmal ohne Feindkontakt. Und versucht dann später hier mit E5 im Zentrum zu kontern. Weiß hat viele mögliche Systeme. Er hätte bei einer F3 spielen können. Das Seemisch-System. Läufer E2, Läufer E3. Aber wir wollen ja klassisch spielen. Klassischer als Spreiner F3. Gefolgt von Läufer E2. Geht es nun wirklich nicht. Borna E5 und die kurze Rochade. Jetzt gibt es wieder viele Möglichkeiten. Der alte, typische Zug ist Spreiner C6. Die sogenannte Mardelplatta-Variante. Aber es gibt hier einige Züge, die heutzutage von den Engines bevorzugt werden. Wie E schlägt D4 oder sogar das verrückte Bau nach H6, die man zuletzt immer häufiger sieht. Aber Kraner TK spielt Spreiner C6 den Zug, den die meisten hier bevorzugen. Ich mag hier ein paar Schiefe in den Varianten, die ich manchmal spiele. Wie D schlägt E5 oder auch Läufer E3. Aber weil ich ja in diesem Erklärbärmodus hier versuche. Klassische Hauptvarianten zu spielen. Greife ich ebenfalls zu dem Hauptzug. Und das ist nun mal Bau nach D5. Überschreitet die Demarkationslinie und treibt diesen Springer nach E7. Einen sehr komplizierten Kampf kriegen. Schwarz plant, den Springer wegzuziehen, hierhin oder hierhin. Bau nach F5 zu spielen und uns langsam als ich hier mal zu setzen. In der idealen Welt mit dem typischen königsindischen Bauernsturm. Bau nach F4, Springer irgendwo hin, Bau nach G4 und Bau nach G4. Viele Leute haben früh in ihrer schachlichen Sozialisation hier Musterpartien gesehen. Wo dieser König matt gesetzt wird. Seitdem sind sie süchtig nach Königsindisch. Und die Gefahr ist real. Also ich habe häufig genug auch Partien verloren. Gegen diesen Angriff. Selbst wenn Weiß objektiv, wenn man gut steht. Das Problem ist, Weiß versucht am Darmflüge anzugreifen. Und gewinnt da vielleicht, wenn es gut läuft, einen Bauern oder zwei. Aber wenn Schwarz den König erwischt, ist halt vorbei. Und das modernste Gegengift, auch hier gibt es wieder viele Züge. Gegen diese Variante ist der sogenannte Bajonettangriff. Der Zug Bau nach B4, den Wladimir Kramnik popularisiert hat. Gegen einen gewissen. Garry Kasparov. Und damit Kasparov, manche Leute sagen, königsindisch. Ein bisschen vermiest hat. Kasparov hat dann nicht mehr viel Königsindisch gegen Kramnik gespielt. Bau nach B4. Eigentlich ein sehr normaler Zug. Gewinnt hier Raum. Bereitet C von vor. Galt aber lange Jahre nicht so als Hauptzug. Zum Beispiel kann Schwarz hier A5 spielen. Damit die weiße Kette sprengen. Ich glaube, das hat den Leuten etwas den Spaß verdorben an Bau nach B4 am Anfang. Aber die Praxis hat gezeigt, dass auch die Störung nach Bau nach A5 nicht so leicht ist. Die Hauptzüge sind Bau nach A5 oder Springer nach H5, um dann hier entweder F5 oder Springer nach F4 zu spielen. Es gibt auch die Möglichkeit, den Springer ganz oldschool nach D7 oder E8 zu ziehen. Und versuchen damit F5 vorzuweisen. Kranotheker überlegt, eigentlich sollte er hier noch im Buch sein. Schauen wir, was er macht. Das ist die Zeit. Erspann nach H5 ist, ich glaube, mit knapper Führung vor A5. Der meistgespielte Zug hier, um den Springer hinzugehen. Dann spielt weiß meistens Tor nach E1, um dieses Feld freizuräumen für den Läufer. Danach bleibt es kompliziert. Computer leben die Störung für weiß, aber für Menschen am Brett ist es nie so leicht zu spielen. Schauen, was passiert. Aber er scheint überrascht von Bau nach B4 und überlegt, was er tun soll. Oder er macht ein Nickerchen. Auch sehr, sehr gut möglich. Eins von beiden wird es sein. Bau nach A5, weil er den Vorteil an, habe ich nicht die Zeit, mit Bau nach A3 hier meine Bauernkette zu stärken, was ich gerne machen würde. Aber dann würde er hier schlagen und ich könnte nicht zurückschlagen. Denn hier nach schlägt schlägt, wäre dieser Turm ungedeckt. Das heißt, nach Bau nach A5 muss weiß entweder hier schlagen oder den etwas krumm Zugläufer nach A3 machen oder sogar vorbeiziehen. Da gibt es Argumente für heutzutage. Und der Spielbau nach A5, ich versuche es hier weiter klassisch zu spielen. Ich glaube heutzutage, früherer Läufer A3, der Hauptzug, ich glaube heutzutage ist B schlicht A5 ein bisschen populärer als Läufer nach A3. Okay, man verhunzt sich zwar hier drüben etwas die Stellung, aber wir öffnen auch etwas den Damenflügel, was Vorteile haben kann. Und der Plan, ich bin nicht ganz sicher, was die Zugfolge angeht, aber im Groben ist Bau nach A4, Läufer raus, den Turm vielleicht nach A3, um hier auf der dritten Reihe einsatzbereit zu sein. Da vielleicht, je nachdem wie es steht, ich bin nach B5, ich bin nach C2 und hier drüben langsam Fortschritte machen. Ich bin kein riesiger Experte dieser Variante, also ich bin nicht ganz sicher, ob ich mit Bauer A4 anfangen sollte oder mit Läufer nach D2 zum Beispiel. Aber das ist so. Grob der Aufbau. Wenn Schwarz versuchen wird, uns wieder hier zu nerven, dann werden wir sehen, wer zuerst kommt. Bauer nach A4 war ein raumgreifender Zug und der Turm steht überraschend gut hier, wenn sie die Chance später öffnet. Um eventuell am Königsflügel mitmischen zu können. Gerade der TK überlegt, spielt Sprenger nach H5. Ich vermute, ich werde Turm nach E1 spielen. Um nach Sprenger F4 Läufer F1 spielen zu können und den Läufer zu behalten. Hier gibt es bestimmt alternativen K-A4 nach G3 und der Sofortläufer nach D2. Aber Turm nach E1 erscheint mir am programmatischsten, um halt dieses Feld für den Läufer zu räumen. Ich kenne keine Theorie, aber ich kenne den Grundaufbau. Ich hoffe, das wird reichen. Turm hier hin, Läufer hier hin. Dame. Je nach Bedarf, wahrscheinlich nach C2. Dann mal schauen. Bauer nach F5. Was machen wir? Erstmal laufen wir nach D2, um den Turm hier im Auge zu behalten. Gleich Turm A3. Diese Diagonale zu verlassen, auch logisch. Ich glaube, mir gefällt Turm nach A3. Hier gleich. Alles im Blick zu behalten. Und mich mit dem Läufer noch nicht festzulegen. Aber ich bin nicht vollkommen sicher. Irgendwie. Ich mag mich täuschen. Da habe ich das Gefühl, ich sollte den Läufer noch nicht nach D2 festlegen. Um vielleicht dieses Feld noch, wenn es denn sein muss, für den Springer nutzen zu können. Aber nicht ganz sicher. Ich spüre auch ein bisschen schnell. Hier für Erklärbärm-Modus. Wir können uns eigentlich ein bisschen mehr Zeit lassen. Hauptsache ist das Problem, dass ich mich in dieser Störung nicht so kompetent fühle, dass ich nicht weiß, ob ich euch hier alles richtig erkläre. Aber ich gebe mir Müll. Also der Turm soll diese Reihe im Blick behalten, wenn die Störung hier geöffnet wird. Kann das manchmal nützlich sein. Und der typische schwarze Angriff hier mit Bauer nach F4, um dann hier anzukommen, der funktioniert nicht so gut mit dem Springer auf H5. Also normale Zucht wäre Spreiner F4. Da würde mal Läufer ausweichen. Oder wie er spielt, Spreiner F6, um hier Druck auf den Punkt E4 zu entfachen. Und jetzt muss ich überlegen, wie ich das parieren möchte. Ob ich laufe nach D3 spiele. Spreiner G5. Spreiner D2. Das sieht alles nach validen Zügen aus. Und ich bin nicht ganz sicher, welcher mir gefällt. Instinktiv mag ich Läufer nach D3 am liebsten. Und ich glaube, ich höre einfach auf meinen Instinkt. Einfach um den Punkt hier zu überdecken. Das wäre D2. Weiß ich aber auch nicht genau, ob es für Läufer oder Springer gebraucht wird. Der Nachteil von Läufer D3 ist, dass es den Turm temporär ein bisschen versperrt. Aber das könnte sich auch wieder ändern. Nach zum Beispiel F schlägt E4, Springer schlägt E4. Hätte dieser Turm auch bald schon wieder rechtfreie Sicht. Auf dieser dritten Reihe. Aber es kann auch machen. Manchmal mögen Computer hier auch E schlägt F5 in solchen Stellungen. Mir ist nicht ganz geheuer, weil ich immer denke nach G schlägt F5. Das ist die schwarze Stellung so dynamisch. Aber manchmal sagen sie auch hier einfach schlagen. G schlägt F, Springer G5. Das ist doch super. Hm. 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 Keine leichte Entscheidung. Für mich jedenfalls. Was habe ich noch für Züge? Dame nach C2 könnte ich machen. Das fühlt sich ein bisschen wackelig an. Legt E, Springer schlägt E4. Nee, die Dame steht da komisch. Ich spiele so. Ich hoffe, das ist kein Quatsch. Immer war es dieser Plan, glaube ich, zu langsam. Also schwarz sollte versuchen hier zu schlagen. Dann nach Springer schlägt. Entweder ein Springer in die Richtung zu mobilisieren oder vielleicht Läufer G4. Das war aber, was ich eben versucht habe zu überlegen. Schlägt, schlägt. Dann den Läufer hier raus. Aber bin zu keinem tieferen Einsicht gekommen. Ich glaube, ich dann einige interessante Züge. Vielleicht sogar ganz dumm. Dame D2, um den Turm anzugreifen, aus der Fesselung zu gehen. Dann mal schauen. Der Spielboner F4, das ist der Zug, den die meisten Leute lieben. Um hier potenziell den Königsangriff zu starten. Aber jetzt ist riskant. Denn dieser Angriff ist nicht so schnell. Ich muss sie gegebene Zeit jetzt nutzen, um möglichst hier drüben ein bisschen Fortschritte zu machen. Dazu sind E4 nach D2. Gefolgt von Springer hier. Und vielleicht Bauer hier nach einem logischen Anfang aus. Ah, ich verstehe solche Stellungen. Leider nicht so gut. Aber ich gebe mir trotzdem Mühe. Ederlei, vielen Dank für den Raid. Ich grüße euch. Vielen Dank für die Partien heute. Danke für die Geburtstagsglückwünsche. Dankeschön. Wie ist es bei euch? Wir sind hier im Erklärbär-Modus unterwegs. Aber leider verstehe ich die Stellung selber nicht so gut. Ich mache... Wie soll man das erklären? Also eine Art Speedrun von 1500 auf Chesscom. Spiel relativ langsame Partien. 15 Minuten plus 10 Minuten. Und versuche dabei solide zu spielen. Und meine Gedanken zu erklären. Also im Prinzip ähnlich wie das Match gegen Eddie. Nur mit etwas mehr Bedenkzeit. Und dass die Gegner noch schneller stärker werden. Weil gerade am Anfang, wenn man anfängt zu einem Speedrun, kriegt man immer relativ viel Elo dazu. Also ich bin jetzt glaube ich in Partienummer... Lass mich nicht lügen. ...8 dieser Aktion. Und bin schon bei 20,58. Ich hätte eigentlich gerne ein bisschen mehr Zeit auf den einzelnen Levels. Also es ist ein Slow Run. Slow Run kann man gleich sagen. Königst du eigentlich eine schwere bzw. komplizierte Eröffnung? Wenn man die komplizierten Strukturen, wie ich es hier mache, spielt, dann finde ich... Ich persönlich finde es kompliziert, für beide Seiten zu spielen. Ich glaube, das Objektiv-Weiß immer ganz gut steht in diesen Stellung. Aber es ist schwer zu spielen. Aber es gibt auch Wege mit Weiß, wie man sich das Leben ein bisschen leichter machen kann. Ich versuche hier ja prinzipiell zu spielen. Deshalb habe ich mich auf die Hauptvariante eingelassen. Aber man kann auch zum Beispiel anstelle von kurz auch gerade andere Züge machen. Das mache ich häufig. Ich laufe nach E3 oder so. Oder in diesem Zug. Hier. Abweichung. Wir schlagen auf E3. Aber diese Stellung in der Hauptvariante... Also wenn man sich mir Computer anguckt, gerade mit lila Zero schreit Computer immer, hä, weißt du das super? Aber als Mensch finde ich sie tatsächlich schwer zu spielen. Und ich habe auch tatsächlich immer Angst, hier matt gesetzt zu werden. Aber vielleicht muss ich irgendwann diese Angst noch mal überwinden und die Stellung besser verstehen. So, H6. Er will G5 spielen und dann G4 und mich matt setzen. Ich sollte versuchen, ein bisschen Gegenspiel zu organisieren. Und zu diesem Zwecke ziehe ich den Sprenger nach B5, greife den Turm an. Er will weggehen nach A6 oder A8. Und dann versuche ich die Stellung hier zu öffnen mit Bauern nach C5. Ausgang ungewiss. Danke für die Glückwünsche. Geburtstag schon vorbei nach meinen Berechnungen. Aber Geschenke werden noch akzeptiert. Magic for Cool. Danke für das Subgeschenk. Tor nach A8. Jetzt war meine Idee, das Tempo hier ein bisschen zu erhöhen. Der typische Durchbruch. Bauern nach C5 in solchen Stellungen. Wenn wir da eben versucht, hier mit dem ebenfalls typischen Gegenspiel anzukommen, kann ich zum Beispiel hier schlagen. meinen Läufer hier entstellen, diesen Bauern attackieren und den Vormarsch wenigstens verkomplizieren. Das Weiß sollte ja nicht ewig warten, bis Schwarz sich in Schließwimmer zu setzen. Eins, der interessant ist in unserer Stellung, ist auch Bauern nach H4, um hier G5 zu versuchen, aus der Stellung zu nehmen. Aber in dieser konkreten Situation wäre ich mir nicht sicher, wegen Läufer nach G4. Einen Bauern nach H3 kann man auch machen, aber es gibt dem Schwarz noch eine Angriffsmarke, wenn er mit G5 ankommt und G4. Und häufig ist es bei Schanzen hier nicht die richtige Taktik. G5-Springer nach H2 ist häufig nicht die richtige Idee. Er spielt auf einer G4, aber das ist ein bisschen eine Abkehr von der Strategie hier, G5 vorzubereiten. Und ich weiß nicht, ob mir der Zug so gefällt. Kurz überlegen, was ich tun sollte. Schlagen sieht logisch aus, und dann läuft er hier raus, um den Bauern zu attackieren. Den muss er verteidigen. So, oder Tor nach A6. Vielleicht Erstläufer B4, um die Lage ein bisschen unklarer zu halten. Ich glaube, D schlägt C, Läufer schlägt C5. Sollte kein Problem für mich darstellen. Und dann lege ich mich mit dem C-Bauern noch nicht fest. Ja, das gefällt mir besser. Der Nachteil ist ein bisschen, dass Springer E8 zählt schlägt D6, dass Schwarz dann auch eine Zusatzoption haben könnte, hier mit dem Springer zurückzuschlagen. Aber ich weiß nicht, ob mich das stört. Ich würde es machen wollen, weil, wenn ich erst schlage, schlägt, und dann Läufer hierhin, um den Bauern anzugreifen, dann irgendwie Turm A6. Bisschen stabiler aussieht, als wenn ich sofort Läufer hierhin spiele. Wo nach Turm A6 noch ein paar anderen Tricks drinstehen könnte, wie. Ja, Springer schlägt D6. Mit Komplikationen. Deshalb fange ich so an. Und wir gucken, was passiert. Greif dir erstmal was an. Beispiel Springer ist nach C-Aft. Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf der Rechnung. Wer es fällt für den Springer. Aber ist auch ein Weg, den Punkt zu überdecken. Da fehlt es schwer zu widersprechen. So, was wäre logisch. Ich könnte aber auch noch H3 spielen. Ich vermute, er würde mit dem Läufer hierhin gehen. Versuchen, diese Fesselung zu behalten. Habe ich dann was erreicht. Ich kann den Läufer irgendwie wegziehen. Um dem Turm hier freie Sicht zu geben. Bisschen lame, aber eine Möglichkeit. Ich könnte zulassen, dass hier geschlagen wird. Das ist zweischneidig. Könnte sehr gut sein. Könnte auch sehr schlecht sein. Das Gefühl wahrscheinlich ist gut, ehrlich gesagt. Mein Gefühl trügt mich auch häufig im Königssinder. Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Aber rechnen wir doch. Dame nach C2. Hier aus dieser Fesselung. Schlägt, schlägt. Beim König passiert erstmal nichts. Um ihn zu öffnen, müsste er hier noch G5, G4 spielen. Da sagen wir, schlägt, schlägt, G5. Dann würde ich hier schlagen. C schlägt, D. Dann könnte ich mit Dame nach C7 den Darmtausch anbieten. Darmtausch immer sehr erstrebenswert. In solchen Königsinnestellungen. Weil ohne Dame ich nicht mehr matt gesetzt werde. Aber die schwarzen, strukturellen Probleme bleiben. Ich finde, das habe ich plausibel überlegt. Und dieser Strukturwechsel sieht auf den ersten Blick gefährlich aus für Weiß. Hat aber auch Vorteile für Weiß. Dieser starke Läufer verschwindet. Manchmal kann mein Läufer hier rüber. Also ich glaube, der Computer lacht mich bestimmt aus. Aber ich mag diesen Zock. Dann aber nach C2. Um auch dieses Feld hier im Auge zu behalten. Nach dem überraschenden Sprenger nach C8. Was den Punkt ja nicht überdeckte. 404 Error. Danke für den Sub. Das ist okay, wenn ihr Züge vorschlagt. Aber ich finde es nicht so cool, wenn ihr Computervarianten in den Chat postet. Dann kann ich ihn nicht mehr lesen. Der Sinn dieses Speedruns ist ja eher, dass ich hier versuche zu erklären, was ich denke. Aber ich bin ja kein Computer. Also bitte seid so nett. Und pack keine Computervarianten in den Chat. Das hilft nicht so. So, Laufstelle F3 gespielt. G schlägt F. Und jetzt ist die Frage, ob das eine Schwächung ist für meinen König oder vielleicht auch eine Stärkung. Der Nachteil ist, der Turm kann hier nicht mehr rüber swingen. Aber es ist auch nicht so leicht, meinem König beizukommen. Während ich ja relativ klaren Plan habe. Tier schlagen und Dame hier rein. Spanner E8, schöner Zug, überdeckt den Punkt C7, aber nimmt auch ein bisschen Tempo raus. Mein Plan war jetzt hier, Läufer zurückzuziehen und dann vielleicht diese Diagonale zu besetzen. Mein König sollte erstmal nicht so viel Schlimmes passieren. So, Diktator Merkel, was war so schwer daran zu verstehen? Keine Computerzüge und Einschätzungen in den Chat zu posten, bitte. So, Laufstelle F1, um halt hier auf diese Felder gehen zu können. Und diese Struktur ist normalerweise überraschend resilient. Natürlich muss man aufpassen, dass man geschwächt hat. Okay. Vielen Dank. D schlägt C5, vielleicht ein guter Zug, ich bin nicht so sicher, um hier nicht tatenlos abzuwarten. Dass ich meine Stellung verstärken kann, aber es öffnet die Stellung auch auf der Seite, wo ich hoffentlich stärker bin. Sir JP, danke für die Subgeschenke. Ich hoffe, ihr hattet noch viel Spaß am Freitag. Und wie schlage ich zurück? Läufer oder Dame? Die Dame hält den Punkt hier im Auge, Läufer greift den Turm an. Ich glaube, ich nehme meine Dame, oder? Das sieht irgendwie aktiver aus. Die Dame im Moment ja nicht in der Verteidigung. Die Dame G5 ist nur ein Schach. Und nach Dame H5 überdeckt der Turm noch den Bauern. Ich plane immer noch, meinen Läufer hier hinzubringen, um den Druck zu erhöhen. Vielleicht auch bei Bedarf, diesen Bauern anzugreifen mit Turm C1 oder Turm C3. Also ich weiß nicht, wie instruktiv diese Partie ist. Ich weiß auch nicht, wie gut ich es gespielt habe. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Nachholbetrag auch in diesen Strukturen tatsächlich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier gut stehe. Turm Nrf7 spielt es eigentlich auch gut. Ich möchte Läufer F8 spielen. Ich könnte jetzt Läufer H3 spielen und den Abtausch zulassen mit Läufer F8. Oder ich könnte versuchen, ihn zu verhindern, indem ich mit der Dame zum Beispiel hier hingehe. Das etwas gekünstelt wirkt wieder. Aber eine Möglichkeit ist. Also überlegen wir. Läufer nach H3, Läufer nach F8. Ich gehe weg. Er schlägt wahrscheinlich. Dame schlägt. Wie ist so eine Stellung? Läufer soll hier rein. Ich habe das Gefühl, es ist okay. Auch der Abtausch der Läufer. Ich weiß nicht, ob er mir schadet. Denn es schwächt auch diesen Baum ein bisschen. Habe ich mal so. Droht so. Aber Läufer F8 greift die Dame an. Also muss ich hier reagieren. Ich gehe hier hin. Damit die Dame nicht von den Springern weiter getreten werden kann. Schlägt, schlägt. Wenn ein Schach gibt, dann muss ich überlegen, ob ich Richtung Zentrum laufe oder in der Ecke bleibe. Nein, nicht kommt es wie üblich drauf an. Dame H4 funktioniert oder nicht? Ich glaube im Moment funktioniert es noch nicht. Wegen Läufer nach E6. Überlegen wir uns dann. Allgemein habe ich hier viel Potenzial. Auch gegen den König. Das ist häufig interessant. Obwohl Schwarzei versucht hier auf der Seite anzugreifen. Manchmal ist es der Weiße, der am Ende hier zuletzt lacht. Und sich dann auf den schwarzen König stürzt. König nach G7. Wieder gut gespielt. Ich muss schon wieder überlegen. Ich könnte den Bauern hier angreifen. Welche Figur macht nichts? Der Tor macht nicht viel. Sturmflut. Dann für den Sub. E6 ist das schlau. Um hier Unruhe in die Schwarzen reinzubringen. Da ist es schlau. Jetzt mal den Läufer verankern hier. Ich störe auch, dass ich immer darüber nachdenken muss, ob Dame G5, Dame H4 irgendwann ein Thema ist. Und so blockt er sich hier wenigstens selber. Tormler E7. Und jetzt ist dieser Bauer etwas anfällig, glaube ich. Also kann ich ihn hier zum Beispiel mit Dame nach B2 attackieren. Der kann nur noch mit König F6 gedeckt werden. Aber leider kann er noch mit König F6 gedeckt werden. Ich dachte, ich gewinne vielleicht schon direkt. Aber mit dem ist noch nicht so. Was ist denn König F6? Es ist schon weit draußen. Oder ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür? Ich kann nicht widerstehen. Komm näher. Wieso nicht da haben wir C3? Ja, kann man auch fragen. Aber ich dachte, das Feld C3 kann ich da noch eher brauchen. Für Turm oder Sprenger. Das Feld B2 brauche ich nicht so. Außer die Dame von hier aus noch den Bauern im Blick. Dass es irgendwann mal ein Thema ist. Aber kann auch sein, dass die Züge sehr ähnlich sind. Aber ich wollte das Feld freilassen für andere Figuren bei Bedarf. So, König F6 muss sein, soweit ich sehen kann. König F6 gespielt. Jetzt sollte ich diesen Turm langsam mal hier in den Start bringen. Und C6 etwas zu erschweren, was ich jetzt vielleicht schlagen kann. Aber bisher spielt er stark. Ich denke schon, dass ich besser stehe. Aber es ist ein zäher Kampf hier gegen Krane. Sprenger B6 brachte noch nichts wegen A5. Sprenger Sprenger D6. Auch wieder gut. Und was sollte ich jetzt tun? Ich brauche noch ein paar Angriffsziele. Im schwarzen Lager. Ist tatsächlich nicht so leicht. Vielleicht Bauern nach A5, um ihn hier festzulegen. A. Bleibt C. Das kann ein Sprenger tauschen, den anderen nach D6 stellen. Wäre nicht leicht, da durchzubrechen. Aber ich probiere. Bauern nach A5, auch um zu verhindern. Dass er hier irgendwann mit Bauern nach B6-Stamm festigen kann. Ich muss ein bisschen auf C6 aufpassen. Aber ich habe das Gefühl, dass C6 nicht gut funktioniert. Mein Gefühl sei es nicht besonders schlau. Mal schauen. Ich bräuchte noch einen Läufer eher. So kann ich so damals schlicht E5 und Läufer B2 Mats spielen. War zu wenig Läufer. Cranotheker. Vielleicht war Turm C1 die falsche Richtung. Vielleicht würde der Turm doch noch G1 um hier drüben. Nach neuen Zielen zu suchen. Aber okay. Läuft ja nicht weg. Okay. So. D6 gespielt. Wohin mit der Dame? Muss ich den Baunahmenblick behalten? Nicht leicht durchzubrechen hier. Wahrscheinlich da ein B4. So viel Kram wie möglich im Auge behalten. Also ich brauche noch den Plan, wo ich den entscheidenden Durchbau machen will. Wahrscheinlich muss ich nämlich hier versuchen, aber es ist schwer. D6, er versucht sich jetzt hier zu stabilisieren. Wer kann es ihm verdenken? Ich täusche hier mal an. Ich versuche, den C-Bohr möglichst häufig anzugreifen. Nicht so sicher. Auf jeden Fall harte Partie. Spielt aber auch stark. Ton nach G1 alleine bringt noch nichts her. Aber ich muss noch ein paar Figuren vorstellen, die hier rüber schwenken. So Dame auf H3 oder so. Vielleicht gibt es da eines Tages auch was zu holen. So Dame nach E8. Schwächt ein bisschen den Kollegen. Dann soll ich vielleicht mal umschwenken. Oder hat er sich dabei irgendwas Gemeines gedacht? So Turm C3, Darm B5 oder was für das? Dann schlägt, dann schlägt. Turm C5, C6. Schlägt. Sollte doch gut ausgehen für mich, oder? So. Das war, was ich eben versucht hatte zu rechnen. Ich dachte so, so und so. Und so. Sprach D4 habe ich nicht lange gerechnet. Oder übersehen könnte man es auch nennen. Was passiert dann? Turm C7, Turm C7. Nicht klar, ob das so toll ist. Ich sehe auch nichts besser aus. Spielt aber auch stark. Na ja, müssen wir durch jetzt. Sorry, der Erklärbärmodus ein bisschen versagt wegen zu schlechten Spiels. Aber die Bestellung bleibt interessant. Gucken wir mal was passiert. Also ich hatte eben nur C6 auf dem Zettel gehabt. Aber Sprach D4 ist ein bisschen listiger. Ich weiß nicht, wie ich nach Turm C7 dann wirklich Vorteil habe. So, Schicht Affen wollte ich auch nicht auf dem Zettel. Ei, 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 ei. Okay, Turm B1, C6, schlägt. Schlägt. Ich verstehe ich auch nicht viel besser, ne? Aber was sonst? Oder übersehe ich schon wieder Sachen. Turm B1, Sprach A3. Schlägt, Sprach B1. Turm B5, wie geht das aus? Sprach D2. Krieg G2. B6. Ah, ist Schach kompliziert. Warum ist Schach immer so kompliziert, Chad? Turm B4 oder was? Was habe ich noch für Züge? Habe ich D6? Ne, kommt C, D. 148, B6. Kann es auch nicht sein. Also so, so. So, so. Mach ich so. Dann so. Dann schadet der Springer, sie müssen verlaufen. Ich weiß nicht, ob ich ihn kriege. Vielleicht Turm B4 oder so. Ich sehe nichts Besseres. Okay. Okay. Ich sehe nichts. Wo waren wir? Ich muss so spielen. Den Kollegen angreifen. Er kann hier hin. Den Bauern anzugreifen. Und hier war ich jetzt halt unsicher, ob mir König G2 was bringt, in der Hoffnung Jagde auf diesen Springer zu machen. Das Problem ist, wenn ich sehe, wie ich ihn häufiger angreifen kann. Das ist ja auch nichts Besseres. Das war mein Plan, um den Springer hier abzuschneiden. Und dann. Wenn ich Turm E8 spiele, was logisch aussah, dann kann ich vielleicht Turm B2, Turm C2 spielen. B5 Läufer D7. Aber beeindruckend ist alles nicht. Das gebe ich zu. Wer wartet mit Turm G7? Und jetzt ist halt die Frage, wie ich Fortschritte machen kann. Ich H4 spiele, ich spiele wahrscheinlich H5. Erst dann G5. Das ist das Problem. Also was kann ich tun? Ich kann versuchen, meinen Läufer hierhin umzugruppieren, dann den Springer anzugreifen. Da bin ich da rechtzeitig. So, 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 so. Da kommt er rechtzeitig zur Rettung. Was kann ich noch machen? Turm A4 könnte ich spielen. Das gibt den Springer wieder Felder. D6 geht noch nicht. Schlägt er hier. Okay. 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 Schach ist mir zu schwer. Wahrscheinlich geht einfach nichts. Manchmal geht auch einfach nichts. Okay. Ich seh leider nichts Besseres. Läufer A6 Turm A8 war leider zu langsam. Deshalb spiele ich so. Jetzt bin ich auf Turm A8 wenigstens. Turm B2 dachte ich. Springer C4 dann Turm C2. Das war die Idee. Das klappt. Andere Frage. Sorry. Es war nicht mehr sehr viel Erklärbär. Eher Überlebensbär hier. Das war natürlich nervig. Ich musste den Springer möglichst schnell entwurzeln. Und möglichst auch hier schnell matt Netze knüpfen. Hier ist beides in mir hin. Ich habe Angst vor dem Vormarsch des Bauerns. So, dass ich ganz ehrlich bin. B5. Turm D7. B4. Turm schlicht D6. Spiel 2. Spiel 2. Spiel 2 aber auch stark. Hör auf immer so stark zu spielen. Ich sehe viele Züge einfach nicht tatsächlich. Wieder super stark gespielt. Du bist zu stark für mich, Francesco. Graniothek, Alter. Tja, was soll ich tun? Tja, was soll ich tun? Das ist Zugwiederholung. Nach König auf 6. Nun auf E6. Tun B7. Ja, ne? Das wollen wir auch nicht. Das kann ich sonst machen. Tun C6. König E7. Bringt auch nichts. A6. B5. Turm D7. Vielleicht ein Spiel mit dem Feuer. Okay, wir müssen ja weiterspielen. Das ist alles nichts. Also müssen wir nicht. Manchmal ist es auch schlauer, einfach Remy zu machen, wenn die schon nicht mehr hell gibt. Aber ich will noch kein Remy. Okay. Ich übersehe auch zu viele Sachen. Das ist das Problem. Hm. Turm D7, Turm B6 nicht gesehen. Das ist jetzt ein ernstes Problem. Was kommt davon? Wenn man die Figuren auf dumme Felder stellt. Keine Wahl. Ich glaube, ich muss anfangen, ums Remy zu betteln. Er will schon keins mehr, berechtigterweise. Wollen wir mit dem Turm hier hin? Oder hier hin? Wo war der Turm? Wo war der Turm? War hier. Ah, Turm H7. Sieht komisch aus. Ne, ich muss hier. Wie stark der Typ ist, ne? Wie stark der Typ ist, ne? Das ist ja Wahnsinn. Hut ab. Tja, was soll ich tun? So schweren Herzens, ne? Ich bin wirklich super stark. Ich bin beeindruckt. Traurig, aber auch beeindruckt. Jetzt kann ich nur noch hier auf verzweifelte Verteidigung umschalten. Mein B5 gewinnt auch schon, ne? Ey, der ist einfach zu stark für mich. Ich habe die 5 auch nicht gesehen. Ich übersehe auch viele Sachen, muss ich sagen. Aber das soll seine Leistung nicht schmälern. Die ist nämlich wirklich sehr, sehr gut. Das war's, ne? Irgendwie verzweifelt Gegenwehrleisten. Der Klärbeer scheitert. An der 2000er-Hürde. Ich kriege nicht mal hier irgendwie vernünftig Bauern. Nee, da geht nix. Hat er auch wirklich unglaublich stark gespielt. Oder zu stark für mich, sagen wir so. Jetzt sprach A3 und Turm B3 und fertig. Das zögert das Ende etwas hinaus. Aber es wird, glaube ich, nicht reichen. Und das Ergebnis zu ändern. Ich hab's aber auch schwer, Chad. Ich hab's aber auch schwer, Chad. Ich hab's波 susgelegt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ne, ist aber vorbei, ne? Figur ist schon wichtig im Schach. Das ist bestimmt Etienne Gardets Geheimaccount, mit dem er übt. Das habe ich so schön erklärt. Ich bin nur zu schlecht. Ein paar Züge machen wir noch, aber ist hoffnungslos hier. Ich bin nur zu schlecht. Ich bin nur zu schlecht. Zu viele Figuren. Das alte zu viele Figuren. Ich spiele auch sehr genau. Das finde ich, 4, 6 ist sehr sauber. Ah, das war's. Ne, stark gespielt. Und Hut ab an Kraneotheker. Danke für die Partie. Hier ist der D-Bauer weg, deshalb gehe ich mich geschlagen. Ähm, GG. Gucken wir noch mal, was ich alles falsch gemacht habe. Ja, phasenweise echt noch zu viel Kram übersehen. So, wo muss man hin? Ja, eröffnung sah alles halbwegs normal aus. Schlägt, schlägt. Ah, das hier habe ich alles schon versucht zu erklären. Deshalb, sorry, wenn ich hier zu schnell bin. Ich bin ab 6. Hier war der erste Punkt, wo ich mir nicht sicher war. Dann Läufer F1. Also logisch. Alles Läufer D3, ne? Weil der Läufer auf D3 hier dem Turm im Weg steht. Oder E schlägt F5. Ja, das habe ich kurz erwähnt. Die Stellung verstehe ich nicht so gut. Aber Compis lieben das auch für Weiß, ne? Ach, G schlägt F. Und jetzt schlägt G5. Ich muss hier ein bisschen mehr studieren. Okay, Läufer D3 kann so falsch nicht sein. Aber F4 war richtig. D2, H6, schlägt B5. In der Phase hatte ich noch alles im Griff. Hier war ich noch im gut gelaunten Erklärbemodus. Das Spray C8 habe ich übersehen. Ähm. Und ja, diesen Abtausch hier zuzulassen habe ich als gut für mich eingeschätzt. Glaube ich auch nach wie vor. Läufer F1, schlägt, schlägt. Wo ging es jetzt schief? Läufer A3, okay. Stellung ist nicht so viel. Aber man kann über einzelne Entscheidungen streiten. Ja, hier bin ich noch am Drücker. Dann B2, Köln, H6. Ah, okay. Ich muss tatsächlich den Läufer geben, sagt Compi. Gegen einen der Springer. Ja, manchmal passiert es, dass dann dieser verbliebene Läufer nicht mehr so toll ist. D6, A5, noch leichter Druck. Jetzt habe ich aber angefangen, echt super stark zu spielen. Ich habe 1, da habe ich R8. Ja, hier habe ich mich einfach verrechnet. Da habe ich mich einfach verrechnet. Aber auch nicht viel. Hat er super zäh verteidigt. So, und hier, jetzt habe ich zu viele Einfahrsachen übersehen. Ich glaube, ich habe Trumpschlade A5 übersehen. Das war das Kernproblem. Das sollte man sehen. Ich dachte nicht, dass ich hier Druck mache. Auch zu Unrecht übrigens, wenn wir den Bayern sehen können. Aber ich dachte, dass ich hier noch Druck mache. Ah, darum steht A5. Schon ein wichtiger Bauer. Ah, okay. Und hier Läufer H3. Läufer F1 zu spielen. Und dann B6. B6 Schach. Ah, und das halte ich. Ja, okay. Wenn ich nicht weggehe, Läufer F1. Und der Bauer fällt. Okay, das hätte man sehen können. Mal hier. So war ich gerechnet und dachte, der Springer ist eingesperrt. Aber nach Turm G7 fiel mal auf einmal kein guter Zug rein. Ja, okay. Liegt auch daran, dass es keinen guten Zug gibt. Ich wollte H4 spielen von Weitem, aber dann H5 gefiel mir nicht. Da braucht er gar nicht. Ich kann auch König E7 spielen. Aber weil mein Turm gebraucht wird, um diesen Springer abzusperren, komme ich eigentlich nicht ran. Und der Läufer C8. Jetzt war es schon. War es schon daneben hier. Da hatte ich gerechnet, dass ich den Bauer zurückkriege und dachte, das ist alles gut. Aber hier ist er auf einmal sehr koordiniert. Und dieses Turm B8, das waren auch wirklich ein paar Hammerzüge hier, die ich einfach nicht gesehen habe. Turm B8 sehr stark. Turm B7 super stark. Das habe ich alles nicht kommen sehen. König E7. Und irgendwo spätestens hier hätte ich anfangen sollen, ums Remi zu betteln. Habe es aber nicht gemacht. Also hier mit Turm C6. Kann ich glaube ich Remi machen. Turm C6, König E7. Und dann entweder Läufer E6 oder Turm C7. Und Läufer A6. Das war dann das typische zu lange auf Gewinnspielen, bis man auf Verlust steht. Hier souverän gemeistert in dieser Phase. Turm G7, Turm B6. Ja, ich habe zu viele Sachen übersehen. Hauptsache Turm C6 auf der Bilini. Turm B8, Turm B7, Turm B6. Da habe ich gleich einen Bilini im Blindspot. Aber hat alles übergespielt. Und dann jetzt ist die Steuerung schon. Untererde schädig bestimmt. Oh, irgendwie C ja verteidigen können. Aber es sollte schon verloren sein. Jetzt hätte er glaube ich sofort gewinnen können mit Springer A3. Achso, der Springer A3 auf A2. Stimmt gar nicht. Ne, er hat alles richtig gemacht. Einfach gut gerechnet. Und das Endspiel ist nicht zu halten. Ich habe noch ein bisschen gekämpft, aber hat er stark gespielt. Also, starke Partie. Glückwunsch an Kranio Theka. Also ich habe nicht toll gespielt, aber auch nicht so schlimm. Tatsächlich hat er einfach sehr, sehr gut gespielt. Hut ab. So, meine Damen und Herren. Das beendet unseren heutigen Erklärbär-Modus. Deswegen können wir jetzt weiter hier uns in den Elo-Gefilden aufhalten und weiter unsere weisen Gedanken erklären.